Wenn ein Foto etwas langweilig oder flach aussieht, können Sie es mit den Bearbeitungswerkzeugen verbessern. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte Foto bearbeiten. Klicken Sie auf Autokorrektur, um das Foto direkt zu verbessern. Oder wenden Sie einen Filter auf das Foto an. Klicken Sie dann auf Werkzeuge, Korrektur und Einstellungen. Mit den Reglern können Sie die Einstellungen des Bildes wie Farbtemperatur, Belichtung, Schatten und Kontrast anpassen. Bei Bedarf können Sie das Bild auch scharf zeichnen, um die Details mehr hervorzuheben. Klicken Sie abschließend auf Zuschnitt und wählen Sie eine Auto-Einstellung aus, um das Foto auf die gewünschten Proportionen zuzuschneiden. Sehen wir uns das Bild jetzt vorher und nachher an. Klicken Sie dann auf die gewünschteile Schatten zu werden. Schếnleger Sie dann auf den Bildungsgericht. Klicken Sie dann auf die Achsegerte. Öffnen Sie sich dann auf die Mitte der Bildungsgericht. Anzahl ich den Ausland, weil Sie das Bildungsgericht besitzen, ein ein gutes Zeuggestecklechen. Vielen Dank.